Ja.. Hnh.. mit der Mappe, ne? Pantheon ist voll geil hier Sie alle mit Doppel-Dora spielen und er hat keine anderen Items? Was macht sonst? Er hat Träne? Oh lol Ist der tot? Weiß ich nicht Nein, der hat einen Trank benutzt Hier! Mundo! Nice Kristana? Timo? Free! Oder Shaman, mach mal dein Mikro aus Das ist Jonas Das war ich gerade, ja Ich hab gerade ausgesehen gemutet Ach so, wenn man sich mütet, dann hört man alles doppelt Aha Ja, ist so Interessante Logik Keine Ahnung, frag mal Mikro, was der wollte Der ist tot Ja Wenn der jetzt keine Bäre hat Hat er nicht Ich sag ja nur Ich sag ja nur Alter! Ja? Das ist heute auch echt Das ist heute auch echt Jetzt hab ich den Hab ich noch einen Kill rausguckt Bitte Die Lux ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen Die Cages trifft sie ganz gut Ich guck hin und sie verkackt Oha Pfff Not bad for random Random grundsätzlich erstmal immer schlecht Definitiv, ja Sowieso meine ich Hi Ohja! Nein! Warum hast du ihn zurückgezogen? Ja! Du doof Sie ist tot, sie ist tot Du hattest schon Ulti Mhm Oha Alle sind tot. Ich bin mal healed, Alter. Wie ich immer noch nicht 6 bin. Noob. Pro lauf. Ich bin 6. Opiemen. UUUUM! Ist doch tot, oder? LOL! Ich hab durch Level Up überlebt! Nein. Sie lernen Passiv-Up. Oh ja, definitiv. Lasst mich hier hinten das Ding behalten. Ah, nice. Ich bin so gestorben. Ich bin so gestorben. Oh. Oh. Warum tust du das auch? Warum? Roll to base. Ja, ist klar. Ja, ist so. Ja. Ich wollte sie harassen, weißt. Oh, weia. Boah, ist... Der Lucky. Das ist meine. Okay, nimm. Thanks. Ich kann dir dann ne Ulti geben, also ich hab mir noch wieder ready. Falls du sie unbedingt brauchen solltest. Du willst das ja ein Heal, ne? Man lässt sich extra Suiziden, damit man wieder Leben dazu bekommt, wenn man ganz low life ist. Ah, so ist das halt. Da ist noch ein Dings in dem Busch. Nein, renne, 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 rein! Ich hab keinen AD-Qual. Ich hab keinen AD-Qual. Egal. Was? Macht nix. Hab ich eben die ganze Zeit mein Mana gewastet? Weil halt rum... Ja, so ist das Köpfer. Oh. Alter. Lol! Ich wollt schon sagen, Alter, das war doch nicht meine Bombe. Lol, warum haben wir uns hier jetzt nach vorne geflasht? Hab mich gerade auch geflasht. Er ist tot. Awww. Boom! Da ist noch ein Timo drin, dem müssen Timo wir töten. Ja. Ich war nur wie ein Klopfer. Alter! Das stimmt so oder so. Boom! Yeah, ich bin tot. Nice. Was? Ist da AP, das war einer? Da können wir ja noch! Oh, ich hab der gar keinen... Speed-Buff! Ja, hab ich doch gegeben, aber irgendwie ging das dann nicht mehr. Ich wollte noch den Typen haben. Hast du ne Bombe? Wie er gleich wegrennt. Vorsicht, ich spring gleich. Vor allem wie du das Ding mir voll übel vor der Nase weg... Ja. Fick dich. Ernsthaft. Das Ding ist noch ein Ding... Ach, der hört mich gar nicht. Okay. Ah, der! Tristana ist ja dahinten. Tristana ist ja dahinten. Na, sehe ich auch gerade. Komm, Eni, mach dein W... 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 Ja, du sparst uns viel Zeit, du blöde Kuh. Das bestimmt ne Tristana dran. Tristana ist doch grundsätzlich gut. Das bestimmt immer noch ne Tristana dran. Und ne Timo. Ist da? Ist da? Ist da? Wir sind sich wieder... Wir sind sich wieder... Wir sind sich wieder... Wir sind sich wieder... Wir sind... Test, 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 test. Lalalalalala... Oh, ich hab mich selber. Das ist Timo! Wuh! Wo, wo, wo? Hier am Gras. Schau mal, wo er ist. Oh, ja! Nice! Nice! Das Outfit! Tja, Klopp war jetzt immer nicht gegen uns gespielt. Selbst schuld. Tja. Verdient. Okay. Seitdem du gesagtest, dass die Luxe gut ist, verkackt sie. Weibermacht. Vorfalleffekt. Nein! Wieso tot oder? Nein! Oh no... Der war so knapp... Oh die hätten ein Penta machen können. Ist so, die hätten ein Penta machen können. Hab ich mir da auch direkt gedacht. Hab ich doch gerade gesagt. Warum ist geh ich echt permanent immer mein W auszusehen? Hi Klopfer, da hast du. Viel Spaß damit. Und nochmal. Ich stirb. Ah! Boom! Ich hab ne Ulti, falls jemand mal rein will. Bin drin. Ja, wir wüssten du. Ich bin der, der hier am Tower fightet. Oh nice. Ah, Andy, das Leben retten. Jetzt slow. Das loopt, Timo. Alter, hab ich dir aber jetzt... Ja, selbst schuld, wenn der ins feindliche Team geht. Oh! 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 Wir haben aufgeregt die Tower-Agroß, der Verarsch, Alter! Your Team has destroyed a turret. Pack für den Speedball, ich geh mal nach hinten und hol mir mal ein paar Dinger. Hallo! Godlike! Was, du bist du? Ich bin Godlike! Ich bin Godlike! Er ist Godlike! Ich bin irgendwas. Scheiße! Ich glaub, ich hab'm Blutrausch. Ich bin normal. Ich hab das Opferhaft. Ja. Kreuz Rassano, spring! Wieso auch noch die losen Tank und so? Aua! Yo! Oh! Boom! Ha ha ha! Oh, stop it! Oh, la, ich bin low. Oh, la, ich bin low. Oh, la. Shut down. Ja, ich war low. Oh, ich wurde sogar terminiert. Terminiert. Oh! Ich kaufe mir ne Aegis für euch alle. Lass mich die holen, lass mich die holen. Ja, ich brauch eh mal Gier. Ach, der Schuh hat mich gefressen. Der Schuh hat mich gefressen. Der Schuh hat dich gefressen. Ja. Das ist schon fies, wenn die Schuhe fressen, ne? Nein, nicht Schuhe, Schuh! Ja, ja, alles klar. Ja. Ja, ja. Ich werd auch andauernd von Schuhen gefressen. Dann werd ich mir Sorgen machen. Ja, ich bin so klein, weißt du. Hast du bei Facebook gesehen? Wie groß seid ihr? Unter 1,20. Hammer. Ich hab mich damit abgefunden, damit zu leben. Aua. Guck mal, wie AP? Ich habe hihihi. Alter, das hat ich Gold noch. Und guck mal, das war noch immer so lang. Weil du spielen willst. Ja. Nein. Oh ja. Ich komme. Schuhe, Elias. Ulti in 13. 12. Renn hinterher! Woo! Nice! Ich will den Kill. Leute. Kino noch bekommen. Bro. Dead Ulti. Grab. Nautilus Carry. Nein. Wird wir diving? Wird wir diving oder irgendwas? Warum bin ich da gerade reingesprungen? Ich glaube, das war außer sich. Alles klar. Alter, wie siehts da rum werden. Warum ich? Oh fuck, ich bin so tot. LOL! Wie der Timo hier hinten ist! Blöde Sau! Oh, die Andy ist gut. Oh, ja. Hinterher! Schneller! Der wird unsichtbar wieder! Da ist er! Ah! 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 Oh, was haben wir denn so schickt? Ein Hextränker. So, ich will mich Hextränker kaufen. Ah! 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 Kann ich das schon kaufen, das Item? Ach ne, bringt das. Euųhūhih! Ha, ha, ha. Jennifer Verläußerung Lass uns Klopfen von den Leitern lösen und bannen Alles klar Gleich da Das ist nicht verarscht Oh, das ist ein Arpecho Timo, Timo, Timo Ich hab ne Ulti, ich muss halt nur sagen, wer Lowlife ist. Ach, Shaman, Alter, der carriert alles. SHAMAN! Nice! Oh, ich dachte schon, das wäre ein Feind Lux. Ah, die kann ruhig sterben. Wer lässt sich zuerst kennen? Nein, 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 danke. Ja! Rennst du zu Starler! Nein! Die Show will mich fressen. Ach, Quatsch, wieder gar nicht. Kannst du das dir gar nicht aushält? Das ist ja ganz lieber der Show. Renn, renn, renn! Das ist Timo. Ich sehe, ich sehe. Achso, wir fighten, hab ich gehört. Ich hab auch gehört. Nein. Hab ich nicht gehört. Was machst du? Nein! Was tust du? Ich wäre fast weggekommen. Shaman, du arme Sau. Oh. Na, passt. Och, ne. Ich weiß, hätte sie mich nicht weggeschossen, wäre ich damit sogar weggeschossen. Ja, warum? Warum tust du das? Warum nicht? Ich hab sie doch wieder. Nicht beenden. Macht gerade so einen Spaß. Weg, du, Ipslay. Okay. Go, go, go. Lauf, außen rum. Oh, hey. Oh, yeah. So geht's. 13 Timo. Good job, Klappath. Du bist der Beste. Victory! Für ihn aber auch immer gefokust. Das ist die ganze Zeit. Ich bin jetzt gefrekt.